Susen, Susen, Susen! Lauf, Mati! Oh nein, sie kommt! Und ich seh nichts mehr. Sie ist hinter Ralf hier. Mach die Tür zu! Schnell! Versteck dich! Toll! Mati tot! Schade! Schade. Da ist er! Mati! Der Arsch ist auf mich zugelaufen. Und hat mich angeatmet. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir jetzt vielleicht ein Ohr kriegen. Da war der Vollkanne vor dir. Ich hab ihn gesehen, Mann. Mein Hasshaus. Wo bist du? Hast du da Licht an den, ne? Hast du da Licht an den, ne? Schalb ins Buch. Ach du Scheiße, da ist das blöde Vieh. Eieieiei, das ist ne hässliche Prats, da ist das. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ja, hab ihn gesehen. Alter, ist er fest. Ja, er hunted auch gerade, aber ich seh ihn nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich hör ihn ja nicht. Dementsprechend kann ich auch nicht sehen, von wo er kommt. Oh, ich hab mich von dem scheiß Stativ erschreckt. Wo bist du? Ah, die stand direkt neben mir. Das ist ein Miststück. Das Buch kann ich gleich hinlegen, aber was brauchen wir noch? Ah! Die Schnäpfe stand in der Tür. Wollt die Tür zu machen, Alter. Boah, wie eklig das sein muss, Alter. Dann bist du da, Alter. Stehst du da, und dann sabbert dir so ne Oma von hinten über die Schulter. Susan will. Komm schnell. Alter. Nimm dir einfach kurz das Ding für mich, obwohl ich nicht die Hand will. Hier, Mati, guck's dir an. Ich seh nix, ich weiß hin. Verdammt, ich war zu langsam, jetzt hab ich nur ein Foto von dir. Ja, und ich hatte Panik und hab wieder nicht die Taste gedrückt zum Foto machen. Oh Mann, die war zu schnell weg. Susan. Ja, aber beim Hunten zählt das ja nicht, wenn die... Let's play a game. Will sie ja nicht. Wow. Ich werd sterben. Tu. Ich bin tot. Echt? Ja, ich hab mich nicht versteckt. Oh. Kann er nicht. Wo bist du? U U U Ups 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 ta Ups ta Ups ta i Ups ta i r Ups ta i r s Suppose Ups ta i r s ha Also unten Ups da ihr Haar... Haarndrang oder was? Ups da ihr Haarl... also Hal... Uui... Halv... Halvai... Ups da ihr Halvai... Armdrang. Ups da ihr Haarlwei. Aufgeschlossen. Alles super. Ja. Schön schön. Aaaaah ich bin raus. Der ist grad vor mir erschienen der Hund. Oh da ist er. Aaaaah ich hab das Messstück gesehen, das ist die Oma mit der Sense. Und jetzt wo bist du? Wo bist du? Oh shit ich hab dich noch nicht leise gestellt. Haha ich hab mich jetzt mega erschrocken. Aaaaah der Arsch war schon wieder hinter mir. Ich hab das Buch mal schön auf äh... Trepp... Ich bin tot. Oh nein lauf weg, lauf weg. Lauf einfach nach hinten zu diesem Kellergang. Ich bin tot. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ja. Ich hab ihn gesehen. nicht wegschubsen reden ich gehe da draußen halt dann ich höre auf einmal nur dieses klickende taschenlampe man durch salz gelaufen ach ich habe ihn gesehen aber vieras blitz die steht da direkt vor dir du hast den doll den dings nicht dabei ja ist doch gut hau ab halt die fresse waren gib zu du hast mit ihr geschlafen fingerprint fünfer bleach und buch warum hier aber weiß weißt du eigentlich was das wasser kostet du blöde da war der hier ja also oben ja lasst du zwei wochen hängen da hast du eine biefe warum geht die scheiße nicht aus ich klicke mit der maus ich mache ich habe zu spät gedrückt minus komm raus gefriertemperatur bin tot ja ist auf mich zugelaufen hat mich sofort gekillt wenn er durch salz antwort im kleinen raum ist kind ekelhaft wer ist ja noch hier drin lag alter das kind geht keller treppe runter wo willst du hin komm spiel mit mir kommen wir beide spielen du brauchst nicht traurig sein ich spiel doch mit dir alles gut wir zu verstecken spielen was ist los kleine mit wem willst du spielen komm spielen wir kleine hallo nicht traurig sein was weg hand vorbei ich bin ich ja ich habe ich 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 Null Aktivität, vier Aktivität. Erst erscheinen. Hey! Hey! Guck! Oh! Mache man bitte so die Tür ziehen? Hey! Gib uns ein Zeichen! Oh! Nettes Zeichen! Geil! Rede mit uns! Hey! Das schon wieder. Die Sattweiser von Skuddelheden. aus schlumpfhausen bitte sehr alter vierer m vierer nein kein dort schon direkt hier? ja ist hier bei mir direkt voll schnell naja Hey! Wo ist er? Da. Oh, fässig. Ja. Der ist hier. Wo? Hier, in der Garage. Ich hab noch keine Kamera. Wo denn? Ja, da war der. Ja, hier. Ist durch. Hab sie. Kurz auf 4, jetzt wieder auf 9. Jetzt auf 6. Also haben wir jetzt schon Fingerabdrücke und Geisterorb. Foto? Foto hab ich. Foto hast du gut. Kannst du reden? Ist ein alter Opa, Mann. Fingerabdrücke wird da drin schon ein bisschen schwieriger. Kannst du am Lichtschalte über dem Fenster haben? Ja, ganz ehrlich, es ist definitiv heller. Wir haben, glaub ich, Mittag oder so. Ja, ist ja Halloween. Hallo. Was liegt denn noch auf? Eigentlich, ne? Ja, und vor allem keine Fluchtmöglichkeit. Wenn der jetzt hunted, sind wir am Arsch. Du musst ja irgendwo hin. In der Garage kannst du halt ums Auto rumrennen. Und hier kannst du halt raus zur Küche. Ah! Da war 100 pro Fingerabdruck. Machen wir deine Taschenlampe aus. Mati, da war wirklich... Ach, Mati. Das ist ja. Oh, die Zeit. Oh, die Zeit. Oh, drei, vier. Oh, drei, vier. Die Welt, die Welt. Die Tifu-Kart wird aus. Hat jemand Fotokamera für die Wirbelsäule? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.